Ja, herzlichen Dank für die Vorrede, guten Morgen. Bei den Recherchen zu dem Thema kulturelles Erbe bin ich auf den Seiten der UNESCO gelandet. Die haben mir da sehr schön nochmal was zum immateriellen Erbe geschrieben und habe dort diese Zweiteilung aber gefunden zwischen dem Welterbe der Kultur und dem Welterbe der Natur. Zivilisation ist draußen geblieben, warum auch immer. Das hat mich aber dazu gebracht, mich mal mit der Frage zu beschäftigen, welche Rolle überhaupt Konzepte des Archivs, Wissen, Information im Bereich der Natur spielen. Und diese kleine Reise möchte ich mit Ihnen jetzt zusammen gehen. Jacques Derrida verortete in seinem bekannten Grundlagentext zum Archiv, dessen Anfänge in Griechenland. Das Archiv wird begründet über die Möglichkeit, dem Gesetz langfristige und überprüfbare Geltung zu verschaffen. In verschiedenen Texten wird diese Argumentation, die auf die Nähe des Wortes Arsche, also Anfang Gebot zurückgeht, kritisiert. Für Derrida ist das Archiv, nach Cornelia Wiesmann, der Anfang von Gesetzherrschaft, die Macht des Auslegens, man könnte auch sagen, die Macht des Präsentierens. Historisch sind die Ursprünge des textbasierten Archivs aber wohl eher in Griechenland zu sehen. Derridas historische Archivdarstellung bleibt aber letztlich sehr Texten, insbesondere den Gesetzestexten und ihren Geltungsansprüchen verbunden. Dies überrascht nicht, denn die eigentliche Perspektive von Derridas Text gilt der Psyche, der inneren Verfasstheit und Mechanismen von Ablagen, Vergessen, Verschließen, Präsentieren. Doch Archive finden sich schon weitaus früher. Die ältesten Archiv-Erzählungen gelten dem Naturerbe. Die bekannteste ist die der Arsche Noah. Noah wurde der biblischen Überlieferung gemäß von Gott auserwählt und vorgewarnt und rettete daraufhin in der selbstgebauten Arsche seine Familie. Edward Hicks, das war ein streng religiöser Prediger in den Staaten, finanzierte sich seine Reisen und Missionen mit der Malerei. Betrachten wir das Bild einmal als Archivkonstruktion, ist zunächst interessant, was man nicht sieht. Es fällt auf, dass das Konzept der Arsche völlig der Natur geschuldet ist. Andere Aspekte bleiben außen vor. Im Bild findet man alle Elemente der modernen Archivkonzeption wieder. Also man hat natürlich das Grundprinzip der biologischen, also der Sicherung, Preservation, die Sicherung des biologischen Erbes. Man hat die Klassifikation als Voraussetzung und Ordnungsprinzip, also das sind immer Pärchen, Arten und Gattungen, die hier vertreten sind. Man hat schließlich Selektion und Injust als einen selbstständigen Prozess beschrieben. Das finde ich ganz interessant vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um Pflichtabgaben im Filmbereich beziehungsweise im Belegexemplar, die im Bibliotheksbereich schon lange existieren. Betrachtet man das Bild genauer, fallen weitere Dinge auf. Medienästhetisch ist es interessant, dass der Löwe und auch andere Tiere direkt auf den Aufnahmeort blicken. Das ist ein sehr frühes Beispiel für Authentizitätsprinzipien, wie man sie später auch im Dokumentarfilm findet. Das heißt, das Gemälde zeigt ein Archiv und inszeniert sich selbst als Dokument, vermutlich in der Hoffnung, später selbst Teil eines Archivs zu werden. Interessant sind aber zwei weitere Elemente. Die Unsichtbarkeit der Ordnung. Sie sehen links in der Mitte zwei Personen, ganz in schwarz. Das heißt, es gibt offensichtlich keine direkten Menschen, Akteure, die dieses ganze Prinzip der Archivierung organisieren, das ein sich selbst organisierender Prozess. Und zweitens wird das Konzept der Reproduktion als Maxim mit der Überlieferung etabliert. Das heißt, in dem Moment, wo sich die Information reproduziert, haben wir auch eine nachhaltige Sicherung. Das Konzept der Arschen Noah besitzt Modellcharakter. Es vereint erfolgreich Selbstorganisation und Reproduktion von Informationen als zentrale Prinzipien. Einige hundert Jahre später, die Katastrophe der Überflutung und die Flucht mit der Arschen Noah sind übrigens 1656 nach Schöpfungsbeginn datiert, wird das Konzept der Arschen Noah leicht geändert, reinszeniert. Ich gucke mal gerade, ob ich das hier wegkriege. In Spitzbergen wurde fernab menschlicher Zivilisation ein Saatgut-Tresor errichtet. Der Permafrost soll die Samen schützen, selbst wenn der Strom zur Kühlung einmal ausfallen sollte. Die Kosten lagen bei etwas über 30 Millionen Euro, wurden größtenteils finanziert von der Bill-Melinda-Getz-Stiftung. Allerdings, auch wenn es auf der offiziellen Webseite nicht erläutert wird, auch unter Beteiligung des umstrittenen Saatgut-Konzerns Monsanto und anderen kommerziellen Geldgebern. Das Ziel ist auch hier die Aufbewahrung der wichtigsten Kulturpflanzen, wie etwa Mais und ihrer Sortenvielfalt. Auch hierbei handelt es sich um ein Naturarchiv. Wir finden die allgemeinen Prinzipien eines Archivs wie Akquise, Katalogisierung, Access, Preservation. Doch es gibt bedeutsame Akzentverschiebungen. Der Fokus dieses Archivs, das auch in der Presse sofort als moderne Arche Noah beschrieben wurde, liegt ganz eindeutig auf Preservation. Dies geht so weit, dass der Mensch als Bedrohung identifiziert wurde und die komplette Anlage fernüberwacht wird. Die praktische Nutzung basiert auf einem Blackbox-Prinzip. Die Samen werden einfach aus allen verschiedensten Ländern archiviert. Es handelt sich allerdings, es ist interessant, um Kopien existierender Samen, die verstreut in diversen Genbanken unterschiedlichster Länder gelagert werden. Insofern ist das Saatgutarchiv eine Art Backup. Konsequenterweise ist auch der Zugang zu den Samen nur über die jeweiligen lokalen Gendatenbanken möglich. Der Betreiber hat keine Rechte an den Inhalten. Die Lagerung selbst ist für den Einlagerer kostenfrei. Die norwegische Regierung und ein Trust übernehmen die Kosten hierfür. Das Svalbard Global Seed Vault ist in dieser Form Teil eines globalisierten, ausdifferenzierten Archivdiskurses. Es repräsentiert ein Extrem einer Archiventwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung und verlorengegangener Biodiversität, nämlich einen radikalen Ansatz zum Schutz und Zersicherung der Inhalte bei praktisch nicht vorhandenem Zugang. Sie sehen hier oben auch das Datum, der 26. Februar 2008. Das Saatgutarchiv wird exakt am 26. Februar 2008 eröffnet. Exakt am selben Tag berichtet Reuters von der erfolgreichen Sequenzierung des Mais-Genoms durch Biologen der Washingtoner Universität. Die Kosten für die Sequenzierung lagen ungefähr in derselben Größenordnung wie der Bau des Saatgutarchivs. Interessant, hieran ist aber, wie mit diesen Informationen umgegangen wird, denn die komplette genetische Information ist in einer Genbank-Datenbank frei verfügbar. Was man im Bereich der Naturarchive also beobachten kann, ist eine starke Ausdifferenzierung von Aufgaben klassischer Archive, die nun auf unterschiedliche Institutionen verteilt werden. Hier neue Institutionen, die den Fokus auf Preservation legen und von Menschen abgekoppelt sind. Dort Konzepte, die Access and Distribution in den Vordergrund stellen. Beide Konzepte teilen die globalisierte Perspektive und beide verweisen auf einen Schlüsselbegriff moderner Archive, nämlich Information. Sowohl die Arche Noah als auch der Saatgutressort oder die Gendatenbank definieren ihren Archivanspruch über die genetische Information und ihre Reproduzierbarkeit. Im Konzept der Arche Noah ging es nie um Individuen oder Biologen sagen würde, um eine phenotypische Sicherung, sondern um eine genotypische Reproduktion von Natur über Generationen hinweg. Dieses Konzept ist implizit bei der Arche Noah und im Saatgutarchiv angelegt und explizit bei der Gendatenbank. Doch lassen sich diese drei Schlüsselbegriffe, institutionelle Ausdifferenzierung, Information und Reproduktion, umstandslos auf die institutionalisierten Träger des kulturellen Erbes, die Archive, Bibliotheken und Museen übertragen und sagen sie überhaupt etwas aus in diesem Kontext? Und gibt es arbeitsteilige Konzepte von Access und Sicherung? Für die institutionelle Ausdifferenzierung ist dies noch am einfachsten zu beantworten. Die Archivierung von digitalen Artefakten, seien es Digitalisierung analoger Objekte oder digital geborene Produktionen, wird von den Archiven zunehmend in andere Institutionen ausgelagert. Die Bayerische Staatsbibliothek etwa arbeitet mit dem Leibniz Rechenzentrum zusammen in München, die Kinematik hier im Hause mit dem Konrad-Zuhs-Institut. Traditionelle Archive können sich benötigte Infrastruktur aber weder leisten, noch besitzen sie die nötige Expertise. In diesen riesigen Tape-Libraries, wie hier zu sehen, lagern Filme neben astrophysikalischen Daten. Warum auch nicht? Auch der Bereich des Access hat sich fast völlig aus dem Netz verlagert. Große Portale wie die Europeana sollen die digitalen Artefakte versammeln. Diese institutionelle Ausdifferenzierung hat dazu längst stattgefunden, wenn auch weitgehend unbemerkt. Grundsätzlich ist dagegen noch nichts zu sagen, im Gegenteil, sie ist unverzichtbar. Die Reproduktion als zentrale Idee der Arche Noah, wie auch des Saatgutarchivs, sichern das Überleben. Im digitalen Bereich bedeutet die unendliche Reproduzierbarkeit erstmals auch die Möglichkeit einer unendlichen Archivierungsdauer. Denn die jederzeit mögliche, verlustfreie Trennung von Informationen und physischem Trägermaterial ermöglicht theoretisch eine unendliche Langzeitarchivierung. Doch diese unbegrenzte Archivierbarkeit besitzt drei Einschränkungen. Sie bedeutet einen hohen Kontrollaufwand mit redundanten Ebenen zur Sicherstellung der verlustfreien Reproduktion. Das macht sie sehr teuer und führt zu der unbequemsten Frage überhaupt, wie viel ist uns der Langzeiterhalt der digitalen Artefakte wert. Hinzu kommt ein weiteres Problem. Der traditionelle Archivzyklus, also Film oder Papiermaterial, wird konserviert, es findet Qualitätssicherung statt, man guckt sich die Sachen regelmäßig an, dann stellt man fest, sie sind problematisch, dann findet eine Restaurierung statt oder eine Umkopierung oder eben auch eine Kassation. Funktioniert im Digitalen nicht mehr. Digitale Archivierung kennt kein Altern mehr. Der langsame Prozess, der kontinuierlichen Abnahme der Qualität analoger Medien, das Ausbleichen der Farben kennt kein Pendant im Digitalen. Hier sind die Auswirkungen falscher Bits und Bytes unberechenbar. Das dritte Paradigma der Archenoa ist das der Information. Biologische Langzeitsicherung basiert auf der Weitergabe biologischer Information, auch die digitale Langzeitarchivierung scheint ihre Nachhaltigkeit der Trennung von binärer Information und dem Medium zu verdanken. Doch kann man genetische Codes oder digitalen Code überhaupt als Information betrachten? Die aktuellen Diskussionen weist diese Vorstellung zurück. Der Wissenschaftler Sascha Ott hat sich mal die Verwendung des Informationsbegriffs 2004 angesehen und kamen auf über 80 verschiedene Verwendungsbegriffs Information. Raphael Kapur und andere kritisieren einen signaltheoretischen Informationsbegriff, der in den Morsezeichen seinen Ursprung hat und Information nur als Abfolge von Codes begreift. Dagegen stellen sie einen Informationsbegriff, der in ein diskursives Umfeld eingebettet ist, also auch eine semantische und pragmatische Dimension besitzt. Information existiert so immer als Teil von Kommunikation. Verbreitet ist auch die Annahme, dass Information zumindest drei Kriterien genügen soll. Sie ist wahr, neu und nützlich. Ich denke, man kann diagnostizieren, dass die Sprache, also das größte kulturelle Archiv, selbst Opfer eines machtvollen Diskurses wurde. Der signaltheoretische Informationsbegriff hat sich durchgesetzt und wird sprachinflationär verwendet. Wenn man also ablehnt, von digitalen und genetischen Informationen zu sprechen, so bleibt trotzdem das Faktum, dass durch das Konzept der Reproduktion eine langfristige Sicherung erzielt werden kann. Offen bleibt aber die Frage, welche Rolle Information im Kontext von kulturellen Archiven spielen kann. Hegel erläuterte einmal in seiner Phänomenologie die Problematik der sinnlichen Gewissheit. Er hat den Satz aufgeschrieben, dass jetzt ist die Nacht, und hat dann enttäuscht festgestellt, dass am nächsten Morgen diese Wahrheit schal geworden ist. Doch man kann dieses Beispiel auch völlig anders lesen. Bei dem Ausgangspunkt handelt es sich zweifelos um eine Information, dass jetzt ist die Nacht. Diese Aussage ist wahr, neu und könnte zumindest theoretisch auch nützlich sein. Aber die Problematik dieser Information liegt in ihrem fehlenden Kontext begründet. In der Verbindung mit weiteren Informationen, wie der aktuellen Uhrzeit, würde sich schließlich Wissen über den beschriebenen Sachverhalt herstellen. Wissen wird hier verstanden als mit Erfahrungskontext gedrängte Information. Archive besitzen in diesem Zusammenhang die Aufgabe, diese Kontexte herzustellen oder zumindest zu bewahren. Hätten wir ein handschriftliches Typoskript mit der Angabe der Uhrzeit, wäre die Information sofort relativiert. Informationen müssen also kontextualisiert und mit Erfahrung, gerade im Kulturbereich, in Verbindung gebracht werden, damit aus ihnen Wissen entstehen kann. Ich möchte mich nun im letzten Teil, dem zentralen Begriff, im Umgang mit dem kulturellen Erbe, zuwenden, Access. Alain René und Chris Marcaire realisierten 1956 zusammen Tout la Memoire du Monde einen Film über die französische Nationalbibliothek, ihre Arbeitsweise und ihren Umgang mit Wissen. Der Film ist eine Verbeugung vor dem Wissen der Welt wie vor den Bibliothekaren. Gleichzeitig sieht man aber auch schon die hochgradig arbeitsteilig organisierten Prozesse in einer Bibliothek dieser Größe. Die Frage der Zugänglichkeit des Access ist streng formalisiert und problemlos. Doch knapp 30 Jahre später klagt Umberto Eco heftig über die Verfasstheit der Bibliotheken in den 80er Jahren. Seine Position ist radikal aus der Perspektive des Nutzers heraus formuliert. Dieser Ansatz führt ihn zu aktuellen Themen, etwa wenn er kritisiert, dass Schlagworte vom Bibliothekar benannt werden müssen, das heißt schon lange vom Web 2.0 oder Volkssominis diesen partizipativen Ansatz vorschlägt. Der Perspektivwechsel von Eco zielt auf einen Archivtyp, den Derrida über die Macht des hinterlegten Gesetzes beschrieb. Abgeschlossen, selbstbezogen, orthokratisch. Archivdiskurse sind immer auch Machtdiskurse gewesen. Gleichermaßen für die Nutzung wie für das Archivierte. Politisch argumentiert Eco auf der Höhe der damaligen aktuellen Dienstleistungsdiskurses. Technologisch steht das Internet vor der Tür. Als Google mit der Massendigitalisierung des kulturellen Erbes begann, intervenierte der Präsident der französischen Nationalbibliothek und initiierte die Europäaner. Und damit war das Internet in der Kulturpolitik angekommen. Zum zentralen Problem ist nun die digital vorliegende Informationsmenge geworden und alle Konzepte kreisen um die richtige Strategie. Hier der pragmatische Ansatz von Google, die Perlen im Dickicht zu finden. Dort der elaborierte Ansatz der Europäaner, das Dickicht etwas besser zu strukturieren und am besten gar zu vernetzen. All dies bleibt überschattet von den Rechtsproblemen. Man könnte auch sagen, die Geschwindigkeit der Netzentwicklung ist schlicht nicht kompatibel zu den verbliebenen gesellschaftlichen Systemen. Trotzdem sind einige Fragen zu stellen. Wenn man den Unterschied zwischen Wissen und Information ernst nimmt, muss man konstatieren, dass nur die Wikipedia diese Frage konzeptionell zugunsten des Wissens beantwortet hat. Die zentrale Frage bleibt somit, wie man Wissensprozesse im Netz auch den prozesshaften Charakter von Wissen unterstützen kann und nicht nur das Auffinden von Informationen. Es gibt eine starke Diskrepanz zwischen dem impliziten Wissen innerhalb der Gedächtnisorganisationen und dem im Netz verfügbaren Wissen. Dieser Graben vertieft sich immer weiter. Die Situation der Arche Noah nach der Flut, dass sozusagen das Erbe wieder freigegeben wird, haben wir im kulturellen Bereich nicht. Wie sähe ein Modell aus, vergleichbar dem Status quo in den Naturarchiven, das einerseits die Sicherung des kulturellen Erbes sicherstellt, andererseits aber auch die Kultur in die Gesellschaft zurückspielt und als Teil von gesellschaftlich-notfinglicher Kommunikation begreift. Das ist, glaube ich, für uns die zentrale Frage. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.